so hier habe ich diesmal aus der jess collection das led led streifen warmweiß band was auch immer ja ok dann haben wir hier mal direkt das led band ok jetzt müssen wir es auseinander kriegen jetzt jetzt wird's haarig was soll denn das ich werde es einfach hier unten rausziehen das wird wahrscheinlich vollkommen in die hose gehen wo ist denn das wo ist denn das ende oh mein gott ok ich zieh es jetzt einfach hier raus oh mein gott es geht nicht ich will es hier raus haben wo ist das ende von diesem scheiß ok freunde alle das ist jetzt das ist jetzt eine ganz beschissene sache weil man kriegt es gar nicht raus das band so ich habe keine ahnung es ist jetzt raus so jetzt haben wir es raus der müll kommt schon mal zur seite diese led bänder kann man ja zur zeit überall kaufen ich wollte mal eins haben was batterie betrieben ist was ich ziemlich cool finde steht da hinten noch irgendwas brauchbares drauf nope 160 cm steht drauf so dann ziehen wir das band mal hier raus oh mein gott ey bis man das enttüddelt hat ist man alt und grau sooo ich bin fast fertig tüdel tüdel so fertig so und jetzt und jetzt und jetzt geht es weiter oh mein gott es ist so bescheuert gemacht wieso haben die das so eingeknotelt was soll denn das so hier haben wir jetzt das gute led band dann haben wir hier das batterie fach was wir auch irgendwie auf kriegen könnten so jetzt geht der spaß hier nämlich los weil florian hat natürlich scheinbar keine batterie umschlag aber das ist doch alles kein problem da vorne habe ich nur drei das ist doch das ärgerlich so nummero 1 war weißes led band das sind jetzt noch 160 mm aber ich finde es trotzdem es ist nichts besonderes zu einem normalen led band aber es ist halt batterie betrieben und das wollte ich haben jetzt habe ich euch das einfach mal gezeigt ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denn dann ihr könnt gerne meinen kanal abonnieren oder auch nicht oder mir ein like da lassen oder auch das nicht bis denn dann tschaui ja 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 ja